Boah, bitte nicht aufrüst, Digga. Wir machen mal Inferno rein. Und wir haben Nuke bekommen, natürlich. Okay, Bild. Jetzt bin ich auch mal dran, Alter. Jürgen, wie kann man denn so heftig beim fucking Aufwärmen tryharden? Meine Güte. Gegen was für Leute spiele ich hier schon wieder? Oh, ja! Alter. Holy shit, Max Marky, Mann. Danke für den 20er, war Max Marky. Guys, can you say, Max Marky ist ein Ehrenmann? Deine Mutter. Nein, leider nicht. Ja, ja, genau, genau. Ich f*** deine Mutter. Und deinen Vater hatte ich schon. Habt ihr den Headshot gesehen, Chat? Tausend, schönen guten Abend, Max Marky. Ich balle dich erstmal in die Ehrenhalle rein. Einen Augenblick, die reden hier gerade über Schwänze. Ich bin komplett überfordert. Moment, Chat. Okay, gut Job. Ja, ja, ja. Du schwanz in dein Arsch haben, oder was? Schwanz in dein Arsch. Alter, mit was für Leuten spiele ich hier? Mike, du hast absolut recht gehabt. Erste Runde Nuke und ich bekomme die größten Hänger im Spiel, wirklich. Marvin, meine Frage, woran wird denn eigentlich geknabbert? Du heißt Marvin Knabbert und ich frage mich halt immer, woran wird denn geknabbert? Also ich meine, wenn ich meine Kollegen fragen würde, warte mal, ich frage einfach mal, woran der Marvin knabbert. Marvin, du brauchst mir keine Antwort geben. Ich frage mal meine Kollegen gleich. Meine Frage, woran knabbert denn der Marvin? Habt ihr gehört, Freunde? Ja, Hacienda, Hacienda. Dings, ist Xbox Giveaway offen. Genau, Chat, Xbox Giveaway. Mach ich gleich auf. Danke für die Änderung. Für die Änderung. So böse. Die Änderung. Ne, Mike, der beleidigt mich wieder wahrscheinlich. Und dann kriege ich einen Twitch-Bun. Der Top. Das war wahrscheinlich so... Alter, ich bin so erschrocken. Nein. Ja, du alter Esel-Ficker. Ah, Bombdown. Habt ihr das gesehen? Ich war gerade wie Spider-Man. Nur mit einem dicken Schwanz. On the roof. Hey, Freunde. Solange ich mit denen gewinne, mir egal. Guck mal hier, durch die, durch die Smoke. Bam, 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 bam. Freunde, so macht man hier Geschäfte, Digga. Bam, 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 bam. Fuck, 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 fuck. Ja, ja, man kennt die guten Konter-Strike-Kisten. Gönn mal wieder nicht. Doch ab sofort ist das kein Problem mehr für dich. Denn der gute Baron gönnt dir. Alle Counter-Strike-Go-Skins viel billiger als auf dem Community-Markt. Schaut mal rein. Link in der Beschreibung. Dreckig, Freunde. Achtung, dreckig. Achtung. Richtig dreckig. Noch dreckiger von hinten. Man, seine Mutter soll sich ficken, Mann. Gefällig. Kannst du dröppeln? Ja, ich kann dröppeln. Warte, Mathew. Nein, fick dich. Ich will deinen Scheiß nicht. Okay. Komm on, Mann. Mach doch was. Der Hüppi ist richtig gut. Der spielt jeden Tag ein Nuke. By the way, ich hab mich eigentlich relativ gut, obwohl ich eine Nuke spiele. Ich glaube, das ist meine neunte Runde auf Nuke. Ich spiele die Nuke nie. Nie spiele ich Nuke. Oh, das wird ein Freundchen. Oh, ho, ho. Der Typ ist einfach ein Nuke-Profi. Wirklich. Ja. Der spielt jeden Tag Nuke. Wo sind die denn bitte durch? Was quatscht du denn für einen Scheiß, Digga? Wo haben die denn gelegt? Unten oder oben? Die haben unten gelegt. So ein Quatschkopf. Wirklich. Come on, Abduf. Abduf, Digga. Kanabe! Nee, Digga. Doch, Digga. Das kann man holen. Kann man auch mal in den Clutch gehen mit 2 gegen 1. Ja, aber nicht mit 5-9. Werd erst mal erst, bevor du große Töne schwingst, Digga. Oh, dann kann man über mich. Oh, du bist kaputt. Ich habe mich von einem Vater abgeguckt. Von deinem. Von deinem. Ey, bist du 12 oder was? Halt mal die Fresse und sei nicht so frech. Wer hat denn angefangen, degeneriert zu sein, du Neandertaler? Hier, take AK. Guck, ich hätte so hilfbar die Kamerad. Das ist besser, wenn du hier hattest. Ich bin hier. Schmuck! Komm, Blue, ich brauche dich. Halt, Small. Trigger! Hätte man klatzen können, wär mög es gewesen Doch, Digga, das kann man holen Kann man auch mal in den Platsch gehen, mit zwei, nein Ja, dann püff er doch mal die Smoke, du Schwanz Ich bin ja so getriggert, Freunde Ich wasch da jetzt einfach durch, Freunde Bamm, Alter Bamm, Alter Okay Oh, mach einfach hier Bär, ohha Oha, ohne Scheiß, in diesem Moment hat mir gerade so eine richtige Taktik-Shooter-Wipe gegeben Dass die halt wirklich alle da hochklettern, das hat wirklich wie ein richtig sicker T-Rush gewirkt Es verlinkt, ich bin klar, ich bin sicher on mit dem Du bist ein Wunsch, guter Job. Wut der F***? Wunsch, du schaust mich, Mann? Oh, derjenige hat mich gestreamsnipert, ne? Weil ich nur gesagt hab. Naja, derjenige schreibt in die Chat grade, nice 1500 Senipert. Okay, wir wurden scheinbar auch noch gesstepsnipet. ik tut. Aja... War ne gute runde, ich bin sehr zufrieden mit der runde! video Bööööööööööööö...